So, wir hüpfen hier jetzt mal ne Runde weiter. Und hauen Türen kaputt. Darf man ja nicht vergessen. Wie beim letzten Mal. Wir werden eh wieder sterben. Ja, wo ging's denn nochmal lang? Achso, ja. Alles klar. Geh da hoch. Du sollst... Mann. Diese Tante. Wir wollen anscheinend zu dem Kran und dann zu dem Kran. Aber nein, wir können hier nicht einfach rüber. Wir nehmen einen Riesenumweg. Und hören schon wieder den Hubschrauber. Das ist... Spring. Nö, ja. Wie kam ich da jetzt nochmal hin? Irgendwie... Achso, ja. Hier. Da war ja was. Ach, hau ab. Geh kacken. Da hoch. Da können wir nirgends wo lang. Also, ob auf das Gerüst. Das lieben wir ja schon. Nein. Doch. Nein, doch. Äh, äh, um Jahr. Ja, hier traut der Pilot sich nicht rein. Das ist ein Weichei. Ja. So. Wir wollen da hoch. Wir wollen immer noch da hoch. Ah, jetzt hast du es geschafft. Ah. Da gehen wir auch einfach mal hoch. Äh, 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 äh. Wie war das hier? Nein. Nein, 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 nein. Ah. Jetzt fängt diese Scheiße schon wieder an. Hätte man nicht ein paar Handgranaten mitnehmen können oder ein paar schlagkräftige... ...Gewehre. Nein, wir erschießen keine Leute. Wir sind viel zu lieb dafür. Hau doch ab, du Scheißteil. Nein, nicht noch einen runter. Hier muss es doch irgendwo... Uah. Uah. Hilfe. Ja, äh. Haben wir selbst Heilungskräfte? Wie kommen wir denn jetzt da... Nein, das war nicht der Plan. Irgendwann kriege ich nochmal einen Anfall. Das hier war übrigens die Stelle, wo man nie aufgegeben hat und dann keine Lust mehr hatte. Ich fange an zu verstehen. Abrollen. Zurück. Was machst du hier? Ah, der... Der kann aber auch nicht treffen. Das ist... Dieser Sprung, ne? Der regt mich jetzt schon auf. Mensch, spring doch einfach da hoch. Tante. Wir sind weiter. Ich weiß aber... Ah, noch nicht, wo wir hinwollen. Ah, wir wollen hier hoch. Nein, von hier kommen wir. Da wollen wir nicht hoch. Ah, warte mal. Ich glaube... Wir wollen hier rüber. Und da rüber. Hoch da. Tschüss. Ah. Wie kommt der hier hin? Hm. Was machen wir hier? Wollen wir da rüber? Ach, wir springen hier einfach mal rum, oder wie? Ja, ich habe doch keine Ahnung hier. Ah. Das ist total verwirrend. Wo wollen wir hin? Von wo kommen wir? Wo waren wir? So. Wir haben da diese ganzen roten Markierungen. Da müssen wir ja eigentlich hin. Hm. Nein, wir können da nicht hoch. Jede scheiß Wand können wir hochrennen, aber da können wir es nicht. Hm. Hä? Hä? Wie? Wo? Was? Wir springen hier einfach nur im Kreis rum, oder was soll das? Hallo? Ich habe gesagt, du sollst da hoch springen. Und du springst auch da hoch. So. Da rüber, da rüber, da können wir doch nirgendwo lang. Also, wieder hier rüber, das ist doch... Ja. Wir haben es voll drauf. Wir wissen es noch nicht. Jetzt ist der wieder da, ne? Ja. Das war ja sowas von klar. Nein, ich habe überhaupt nicht gesagt, dass du an der Wand langlaufen sollst. Nein, habe ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Mensch. Du kannst auf den Tasten rumhämmern, so viel du willst. Die macht das nicht hier. So. Hoch. Immer noch nicht. Ah, jetzt geht's. Oh, schaffen wir es diesmal. Wow. Und tschüss, Heli. Und tschüss. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich von hier aus da oben hin. Was natürlich nicht klappt. Uah. Mann. Es ist echt zum Verzweifeln. Ah. Jetzt geht's auf einmal. Hoch. Wir haben einen Kran gef... Nein. Nein. Wow. Alter, hat der gekifft. Ich habe Abrollen gedrückt. Nein. Äh, wie kommen wir da denn jetzt drüber? Ah, okay. Und auf diesen Scheißkran. Endlich. Wir sind besser als Money. Wir sind besser als Money. Äh, ja. Hoch da. Es geht sowas von schief. Wow. Sag ich ja. Und wenn wir jetzt wieder von dieser einen Stelle aus starten müssen, ne? Ah. Gott sei Dank. Ja, ja. Hau ab. Warum drücke ich die Taste überhaupt? Äh, bringt doch eh nix. Ja, Angriff. Und tschüss. Ah. Und tschüss. Hm, hoch da. Man muss an die Leitern auch wirklich ranspringen, sonst geht die da nicht hoch. Ob das irgendwie ein Komplex ist oder so? Eine Kletterphobie? So. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ging sowas von schief. Ja, das Spiel kann an manchen Stellen ganz schön frustrierend sein. Ah, jetzt klappt's auf einmal. Das ist schon... Und tschüss, du scheiß Bulle. Bäh. Die können auch alle mit der Waffe nicht umgehen. Ach, dann sollen wir auf das Kissen springen. Ach, da müssen wir uns auch nicht mal abrollen. Nein. Haben wir gar keine Möglichkeit zu... Nö. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Untertitelung des ZDF, 2020